Die Frage der Ausstellung war zuerst, ob man das endgültige Werk, das fertige künstlerische Statement aus einer Ausstellungssituation herausnehmen könnte, ersetzen könnte und durch den Werkprozess einsetzen könnte. Wie wichtig sind die Werkspuren? Wie wichtig ist die künstlerische Methode und darf an der Öffentlichkeit dem Künstler in die Arbeit gucken, in den Arbeitsprozess gucken? Ist das legitim oder ist das grotesk? Und wie genial ist der Künstler? Ist der Künstler ein Genie vielleicht von Gott oder einer höheren Macht, beeinflusst? Nachts kommt die Erleuchtung oder ist es einfach? Einfach nur einen Job. Man geht morgens ins Atelier, richtet seine Farben, was das eigentlich ist. Wie der Metzger die Kuh schlachtet, das Schwein aufreißt, der Bauer die Kartoffeln ausgräbt. Also was ist die Grundmotivation dessen, warum wir das tun? Oder man im Schreibwarenladen Bleistift verkauft? Also eigentlich geht das zu diesem existenziellen Punkt, auch Essis... Ah, scheiße. Ah ja, und ich lasse das hier. Ich komme gleich nochmal. Ein Teil davon sein. Der Künstler ist anwesend. Manchmal. Manchmal auch waschend, schlafend, badend, performend, zeichnend, wartend, aktiv, negativ. Um von einer Wertung auszugehen, muss die Qualität genormt sein. Besser geht nicht. Ich bin weder Norm noch eine Antwort auf deine Frage. Die Gelegenheit, nicht zu funktionieren und gleichzeitig Inhalt einer Illusion sein. Wir sind draussen, der Käfig weiss. Wir fliegen weiter und der Tag beginnt zum vierten Mal. Die Gelegenheit, nicht zu funktionieren. 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 Untertitelung. BR 2018 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 Und jetzt klär. Untertitelung. BR 2018 Also ich bin jetzt nur kurz hier, ich habe immer nicht viel Zeit und irgendwie ist das alles so chaotisch, ich weiß auch gar nicht, was das soll. Macht mal so weiter einfach, aber ihr wisst, nichts schmutzig machen und am Ende die Fenster bitte schließen. Ihr wisst, wir haben eine Verantwortung, das ist meine erste Ausstellung. Ciao. Schmutzig. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020